Taylor und ich sind nicht intim miteinander, wegen meines Übergewichts, aber auch, weil wir warten wollen, bis wir verheiratet sind. Aber dazu wird das erst kommen, wenn ich abgenommen habe. Wenn ich es nicht tue, werde ich sterben. Es sind nur noch 262 Kilo. Sie haben 64 Kilo in zwei Monaten abgenommen. Nachdem Sie mir gezeigt haben, dass Sie wirklich Diät halten können, kann ich die Magenoperation zusagen. Toll, vielen Dank. Sie wiegen nur noch 120 Kilo. Stimmt. Bei unserer ersten Begegnung waren es 326 Kilo. Sie haben über 200 Kilo abgenommen. Fast doppelt so viel, wie Sie heute wiegen. Können Sie sich das vorstellen? Einfach verrückt.